Hey, ist der Dings, der Series, von dem du mir erzählt hast, dabei? Nimmst du eigentlich schon auf? Wie bitte? Nimmst du eigentlich schon auf? Jetzt noch nicht. Ja, ich hab jetzt grad gestartet. Cool. Du hast dann... Oho. Das kannst du dann machen, als du willst. Hallo. Danke. Danke, danke, danke. Oh, du stinkst. Nur damit's die YouTuber wissen. Nein, komm her! Alter, war das geil. Ja, Dani ist wieder gut. Alter, wie geil ist das denn, Alter? Er hat dich grad planiert. Vor 1000 Abonnenten hat er dich planiert. Oh mein Gott. Schon falsch, ich hab die Aufnahme nochmal neu. Okay, faszin. Ähm, no. Was, warum King? Ne, ist mir egal. Ahhhh. Ein Baum, ja genau. Baaat! Ich hab ihn gekillt. Mit der Ubersäge. Ja klar, mit der Ubersäge. Oh, Ubersäge. Was ist denn jetzt mit meinen Usuals? Also ich geh jetzt zu Team Blue, okay? Ja, fick dich doch. Ja. Okay, ich sehe ich ja da. Soll ich meinen Namen ändern, oder? Ja, mach das mal, vielleicht. Er fehlt eigentlich noch. Ähm, Tilly ist der Serious dabei, von dem du mir erzählt hast? Dieser brandgefährliche Solly. Ne, Geist ist nicht dabei. Lord. Okay, wir machen die Teil. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Enrich Toast ist der Soldier. Lars ist auch halt gut, ja. Der Soldier ist aus meinem 6er-Team, aber der Scout. Ja, der Soldier ist der ziemlich gut, aber definitiv. Ey, du musst echt deinen Warpik wegschmeißen. Der sieht langsam hässlich aus mit dem Set. Ich hab mir auch bald einen Ebony gesagt. Dein Kringle Collection ist uncraftable, ne? Ne, ne, sie ist clean. Cool. Ähm, ich hab hier so'n, ähm... Ich hab hier so'n Kartoffelgut. Ich stell dir vor, kriegst du vom Warehouse so'n Level 69er Kringle Collection. Na, ich glaub, die haben die alle rausgetan. Weiß noch was, Sniper? Ich glaub, die ignorieren die Levels. Ja, machen sie auch. Also kannst du... Der höchste Craft Number wird noch beachtet, wenn du zum Beispiel so'n Level... Wenn du die Nummer 16 hast... Da seh' ich, die ist, äh... Auf wen wartest du dir noch? Aber wir warten auf Proxy, aber der hat sich irgendwie nicht gemeldet gerade. Weil ich echt höchste... Demi-Pole? Ja, Demi-Pole. Wenn ich euch nicht melde, wär's natürlich ganz gut schon mal... Und vorher rein. Defcon. Wen haben wir alles? Wir haben den Kamikaze. Wir haben den Larsen. Sandwich Toast. Pinkie Pie. Defcon. Rainbow Dash. Auf Rainbow Dash. Ja, der Typ meldet sich nicht. Super. Mach mal geil. Wer? Hm? Ja, Sulfa, ich würde schon vielleicht, äh, das FNF rausnehmen. Äh, hab ich's da drinne? Ja, sorry. Warte. Mach mal hier keine Eigenwärme, ne? Spannend. Soll ich fangen? Und von dem Markleister? Dies ist die... Dies ist Schleichwerbung für Team Fortress 2 Outpost. Der beschissenste Scam-Seite ever. Oh mein Gott, die haben über. Sag, sobald die Aufnahme läuft, dann blamiere ich den Oli gerne. Die Aufnahme läuft immer noch. Haha, geil. Haha, schon klar läuft die doch. Was? So. Da ist es gut. Alter. Da ist es gut. Da muss ich aufpassen. Was? Oh. Jetzt hau die nach vorne weg. Oh. Dies hier mit Glorani close up, hörst du mich auf der Straße rum. Ja, ich war gerade aus dem Spiel rausgekommen. Da vorne ist Heavy noch zu ein paar. Wir müssen uns noch einen Merk holen. Oder ein Meer. Fuck. Das denn? Ähm. Wer kennt noch... Äh, was fährt? Achso, der Sniper fährt. Oh Gott. Ja, weil Proxy sich nicht gemeldet hat. Das ist aber geil. Äh. Ah nein, ein Geist ist da. Kevin. Kevin. Oh nein. Kevin. Hier. Hä, wo ist der? Auch da ist der Geist. Ja, Kevin. Auch so ein My Little Pony. Alter. Kevin. 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 Hi. Kannst du bitte als Sniper gehen? Komm, komm, komm. Ich hab fast Charged. Nein. 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 Fuck you. Fuck you. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Kommst du jetzt oder nicht? Au. Peter. Binky. Was heißt hier später? Es geht gleich los. Es geht jetzt gleich los. Wir haben noch neun Minuten Zeit. Maximal. Warte. Du musst dir noch P-Wack übrigens zu installieren. Oh, Wind Conditions. 30 Minuten. Alter. Alter, der Pyro von denen. Ja, der ist gut. Guck nochmal in TS. Guck dir das Video an. Installiert der P-Wack bitte. Weil's ja sonst keiner macht. Ah. Was wär denn, wenn man das nicht hat? Dieses ähm. Ähm. Die könnten Videobeweis fordern. Und... Alter, der hat ein Server Team. Und... Die könnten große Arschwächer sein und sagen, dass sie gewonnen haben, obwohl wir gewonnen haben. Ja. Dann braucht man wieder Beweis. Ach, das wär aber doch von... Boah, Alter. Kevin, mach's jetzt mal hin. Was? Boah, Junge. Also Leute, ich dot bin Admin für das Mesh und achte auf verbotene Waffen wenn nötig auch mit Pause. Also. Du guckst dir jetzt das Video in TS an. Installiert hier... Alter ey. Jetzt sehr abwesend, alter Leute. Der Typ ist krass. Der verwendet mal Unicorn ey. Pinkie Pie ist so easy. Oh, Pinkie Pie ist so easy. Ich wette der hat so nen richtigen Gamer PC. Weißt du, der selbst bei Crisis 2 auf Ultra Grafix auch noch passt mit DirectX 11. Pinkie Pie ist so easy. Alter, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir das heute nicht schaffen. Der ist nochmal Pinkie Pie bei denen. Boah, Alter jetzt ist der Typ abwesend. Ey. Wir müssen auf jeden Fall in ner Gruppe reinlaufen. Ja, das stimmt voll. Alter, leck mir am Arsch. Ja, aber wer sagt, wann was los geht eigentlich? Boah. Übrigens dieser Geist ist übrigens da. Boah. Die Geist ist gestartet. Ja, ja, ich weiß. Äh. Äh. Als was spielt denn der Geist? Boah, will der mich nicht erarschen. Ich hab ihn grad getötet. Die haben jetzt zwei Soldier? Nein, die haben nur einen. Ja, zurzeit spielt der Sandwich Toast als Soldier. Ja, im Highlande gehts halt sowieso nicht, wenn die die Regeln an sind. Ja, das ist super. Boah, Alter. Boah, du spielst echt mit der Tommislav. Das ist besser die Normale. Das ist besser die Normale. Der guter Sniper, der Kaffee. Oh, ja, der ist, ja, der ist klar. Der hat, äh. Loll. Boah, wie du durch Ruhe charge sagt der? Oh mein Gott. Nein, geh weg, nein. Oh, danke. Oh, würdest du so zu sein. Immer gern, da hab ich jetzt keine Munition mehr. Ja. Dann renn. Nein, ich will nicht vermeiden. Komm. Nein, ich will nie. Alter, kommen wir jetzt langsam an. Ähm, ich mach mal hier F4 oder was soll man machen? Boah, ey. Ja, wir müssen noch schon was machen. Also, komm, wir können wir nicht machen. Oh, dankeschön. Oh, und die haben es weiter ja nicht gefixt, dass der ganze Team haben auch einfach. Boah, ich hab die noch getroffen mit meinem Fall in den Pyro. Ja, die sind schon, die sind echt ne größere Herausforderung als, äh, letzte Woche. Kann natürlich englisch. Ja. Ja, das stimmt wohl. Ich war in Boston Becher. Ähm, ja, die waren easy. Ähm. Hupcake, UIS Merc. Ist auch gut deutsch. Zocktor mit den Leuten, die angemeldet sind. Ja. Boah. Ich kann ein bisschen deutsch sprechen. Danke, Sir. Fuck. Boah. Fass euch gar nicht noch. Geholt? Nein, ich werde verkackt. Haha. Hast gesehen, ich hab gleich gekillt. Ich bin Fame und so. Äh. Du hast gesagt, er wäre eine richtige Herausforderung, aber er hat mich nicht einmal getroffen. Oh, ne, bin ich blöd. Vielleicht ist das ne Ablenkung. Ich hab mich grad als Naka von nem brennenden Sniper drücken lassen. Also, die kämpfen echt in der Gruppe. Da muss man aufpassen. Der hat nen Unusual Grenadius Softcap mit Circling Hard. Oh. 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 YouTube sieht mich. Ja. Und du wurdest blamiert. Das weißt du schon. Ja, genau. Weil meine Mutter nicht stinkt. Ohli stinkt. Nein, du stinkst. Nur damit sie nicht überwissen hab ich gesagt. Auf jeden Fall. Wohlfahr. Leuch. Wann geht denn das du rein hier? Danke. Ich hab keinen, nicht den ganzen Tag Zeit. Ich meld dich. Wir sind auch ready. Wir sind auch ready. Ja, okay. Dankeschön. Also, das war bloß Vorbereitung. Also, das war bloß Vorbereitung. Das war bloß. Das war bloß. Das war bloß. Das war bloß.